Ein Merkmal moderner Fassaden sind großflächige Fenster für viel Tageslicht im Alltag. Sind jedoch Innenräume von der Sonne überhitzt, verschlingt das Herunterkühlen sehr viel Energie. Mit außen liegenden Sonnenschutzsystemen zur Verschattung lässt sich auch bei Büro- und Gewerbebauten von vornherein vermeiden, dass sich die Räume aufheizen. Mit ZipScreen F50 kommt von Roma die maßgeschneiderte Sonnenschutzlösung für Pfosten-Riegelfassaden. Von Anfang bis Ende für Fassadensysteme gedacht, sodass die Außenfassade eine perfekte Symbiose mit dem Sonnenschutz eingeht. Wie durchdacht der Fassadentextilscreen F50 ist, zeigt sich erst beim Blick auf die Details. Das erste Kennzeichen vieler Pfosten-Riegelfassaden trägt der ZipScreen F50 bereits im Namen. Während das F ganz einfach für Fassade steht, bezeichnet 50 die Ansichtsbreite der Behangführungsschienen von 50 mm. Das entspricht sehr häufig der Pfostenbreite von Fassaden. So wirkt alles wie aus einem Guss. Sowohl Einzel- als auch Doppelführungsschiene sind 50 mm breit. Durch das direkte Anliegen der Führungsschiene an der Fassadendeckschale entsteht ein nahtloser Übergang von Fassade zu Sonnenschutz. Im Grunde genommen eine Verlängerung des Pfostens. An Fassaden werden oft viele Sonnenschutzanlagen nahtlos aneinandergereiht. ZipScreen F50 erlaubt praktisch unbegrenzte Reihenanlagen, ohne dass eine Anlagentrennung nötig ist. Die neue Anbindung der Führungsschiene sorgt für denkbar einfache Montage. Die Anbindung wird per Hand auf bauseitige 8 mm Stehbolzen geschraubt. Das Basisprofil der Führungsschienen wird aufgeklipst und verschraubt, nachdem die Höhe ausgerichtet wurde. Der Kasten wird auf die Führungsschienen gesetzt, seitliche Aufsteckprofile fixieren, fertig. Der beschwerte Fallstab, der das Gewebe strafft, ist für perfekte Außenansicht voll einziehbar. Bei hochgefahrenem Behang rundet diese geschlossene Optik das Gesamtbild auf elegante Weise ab. Für Sonnen- und Blendschutz, auch bei Wind, sorgt die große Windstabilität des Systems. Da es zu keiner seitlichen Hinterströmung kommt, werden auch große Windlasten abgetragen. Abhängig von der anliegenden Windlast und der Einbausituation sind bei ZipScreen F50 große Elementflächen realisierbar. Bis zu 18 Quadratmeter sind möglich. Das sorgt für tolle Ansichten, aber vor allem für eine gute Aussicht aus den Innenräumen, was Arbeitsplätze erheblich aufwertet. Die große Vielfalt der Roma Textil-Screen-Gewebe deckt jeden Bedarf. Egal ob Durchsicht von 1 bis 10 Prozent oder komplett blickdicht, sowie Farben ganz nach Wunsch. Wohlfühlatmosphäre für Zuhause und Büro. Roma ZipScreen F50 ergänzt Pfosten-Riege-Fassaden perfekt.